Die zu veräußernde gut gepflegte Dreieinhalb-Zimmer-Hochparterre-Wohnung befindet sich in Köln-Rodenkirchen. Die Immobilie wurde 1974 erbaut und wird über eine Fernwärme-Etagenheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und zwei Tiefgaragenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 86 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Hochparterre-Wohnung auf 199.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.